Sieht nicht so klein aus, aber ich glaube, man kann trotzdem eine 4er-Layer-Maschinen aufentspannt lasen, ne? Oh mein Gott, die sind so gut, die sind so gut! Oh mein Gott, er ist einer auf den, er ist einer auf den! Ich weiß nicht, dass sie irgendwie so klein aus, aber ich weiß ja wieso. Es ist eigentlich alles normal. Machen die von Schadens die Frage? Äh, hier kommen die beiden Spikes, die beiden Spikes werden Red Extractor. Und die beiden Spikes sind die Own Aim. Free Hood, Alter. Ja, okay, es sind, es ist Platz für, äh... Ja, Pult! Ja, es ist ein Platz für 4er-Layer-Maschinen. Mütter aufmachen? Nein. Äh, nein! Es ist ein Platz für 4x7, das ist schon okay. Danke. Okay, ich vermute mich, Autofit ist drin, ne? Ich hab' bekommen, tschau, Alter. Ey, komm, wir töten jetzt noch. So dumm bin ich jetzt auch nicht, Alter. Fiss dich. Ausgelackt, oh mein Gott, no. Ja. Spaß, nein. Tsch. Ja, immer Max, ich hab' um Fred Zweig, wir töten ihn dann auch. Oh. So, Fred.